Ich glaube, das ist ja übel Audio-Only. Warum zur Hölle? Ach komm, verpiss dich, du doofer Hase. Hey Mist, Hase, du hast mich schon so oft gefressen. Verzieh dich! Ach komm. Der ist nicht bei mir, oder? Ist der bei mir? Nein, oder? Ich glaub schon, doch. Der ist nicht bei mir. Bist du dir sicher? Der eine, der war doch grad noch bei dir. Och komm, nein! Nein, nein, oh fuck you! Fuck you! Ja, da war der Hase. Ja. Oh Gott. Das Blöde ist bloß, der Hase kann sich dort teleportieren. Ja, der Hase, der kennt mich mal. Es war dieser scheiße Wolf, der mich mit gefressen hat. Scheiße! Verdammt, ich hab eine Nacht geschafft in diesem Stream. Fuck! Verdammter, fuck! Rech dich dich so auf! Oh, der Hase läuft! Ah ne, Wolf! So. Du weißt, dass du es zu spät siehst? Ja, ich weiß schon. Deshalb sag ich schon gar nichts mehr. Ja. Es war, es war, es war bis jetzt ein netter Stream. Ich werd das jetzt auch erstmal beenden. Ähm, ich zog jetzt noch ne Runde CS. Werd jetzt wahrscheinlich gleich Jalen oder so. Und ähm... Mit Twitch oder ohne? Mit Twitch. Also ich werde gleich noch streamen. Ja, soll ich auch einen machen? Wie du willst. Also auf jeden Fall, äh, sobald ich einen guten Zoffer gefunden habe, werde ich streamen. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Mach das. Da können die anderen, die Bock haben, mit drauf joinen. Ich weiß, dass der Bär sich teleportieren kann, aber... Das war ja grad nicht der, der mich auch gefressen hat. Sooo... Ist von ihm. Sebi, hast du Cry of Fear? Warum habe ich Diegel Arena bei mir in der Favoriten drin? So, also wie gesagt, ja, Streaming ist erstmal beendet. Ich werde in Zukunft das noch öfter streamen, das Game, bis ich es geschafft habe. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe. Und äh, haut da rein, ich bin ein. Und bis zum nächsten Stream. Das heißt, in wenigen Minuten. So. Vielen Dank.